So, da sind wir wieder! Juhu! Gut, was sind eigentlich die nächsten Aufgaben wieder für uns? Keine Ahnung. Aufträge. Loyalität Zusammenfassung. S-Drive Zusammenfassung. WWGM. Singularitäts-Kanone. WTF? Ja, Loyalität oder neue Kanone? Machen wir neue Kanone. Gut, WG. Was für dich? Äh, dann müssen wir erstmal zu unserem neuen Crewmitglied. Da, da. Da ist er schon bei mir. Ja, bei mir sitzt er auch hier oben. Oh, damn it man, I've been cooped up for way too long. I need to stretch my legs and kill some things. Hell yeah! You got it, Johnny! Das war schon die Ansprache? Ja. Okay. Hm. Schließ den Hotspot. Du weißt, was das heißt. Doch, wir dürfen jetzt diese eine Kuppel wieder zerstören. Die wir immer so schön auslassen. diese sind wir nicht im rotlichtviertel gelandet als desto was neues da ist der da ich sehe den hotspot wenn ich damit von oben ja das ist nur hoch ich schädel verdammt und da hoch springen und weitermachen gut also ich hab's erledigt hier woran merkt man dass stefan denn hier ist ganz lehrt mitsch 16 er hat schon bis aufgeräumt ich merke sich ja gar nichts mehr Entschuldigung, nicht umsonst habe ich mir ein paar Dickel-Ganonen, die auflösen. Entschuldigung auf 33%. Wuhu, all right! Activating main defenses. Naja, du gehst mal weiter auf die Gegner los und ich geh mal an die Steuerung der Kuppel, okay? Jupp. Alles anders bin ich ja eh nicht mehr da. Ich bin in die Partikel-Kanone, da hab ich halt bis zum äußersten aufgerüstet. Das ist halt so heftig, das Ding. Reinforcements gerangt. Ich bin jetzt mal wieder angeschossen worden. Aber der Hotspot gehört uns. Ja. Da hat er den Virus hoch. Drei Kilometer Entfernung. Ja, wundert mich das grad nicht. Naja, geht's halt zum Glück einigermaßen schnell vonstatten. Das ist halt um dasselbe Gedanken, oder? Mhm. Wieso durch die Gegend, äh, ja, ähm... Ja, wieso durch die ganze Stadt, äh, düsen, wenn man auch einfach den Wasserweg nehmen kann? Ja. Ja. Ja, können wir dann den Wasserweg nehmen? Ja. Ich wollte mal nur nach dem Weg gucken. Nein. Juuuuhu. Hm, wer als erstes da ist, Heidi? Hä, du? Nein, du. Wieso? Bist gerade an mir vorbei gezlich. Ich bin häng geblieben. Ja, du bist zuerst da. Autsch. Na, 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 na. Ich krieg dich! Aaaaaaaaa! Ja, du, du bist zuerst da. Ich bin knapp 60 Meter hinter dir. Wir kämpfen gegen Hot Dogs Ja Und gegen Dosen Ich hab jetzt Lust auf Dosen, Nahrung Du musst zu mir kommen, ich hab genug davon Entschuldigung, war keine Absicht Hier wird ein Hase gequält Geschafft Kämpf gegen die Aliens Beseitige die Zinndruppen zwei Kilometer entfernt Hey, ich hab noch mehr in die Mörder Ich kann mich nicht mehr Ich hab immer was gelbes in die Luft gejagt Hat's auch schön rums gemacht Ja Die Zinndruppen kannst du wahrscheinlich alleine beseitigen Du bist eh viel früher da wie ich Sag das nicht, letztes Mal hab ich auch gedacht, ich krieg dich nicht und dann war ich nur nur 60 Meter von dir entfernt Du hast 600 Meter Vorsprung Du kannst fliegen Du kannst fliegen Du kannst fliegen, ich nicht Ich kann nur wie ein blöder springen Damit hol ich aber keine 600 Meter raus Wenn muss ich eh auf dich warten Du hast alle vergessen, wie zu kämpfen? Du hast alle vergessen, wie zu kämpfen? Du hast alle vergessen, wie zu kämpfen? Du kannst landen Dahres W Advanced W них wird auf말 Mur Oh, warum hab ich keine Waffe mehr? ro Mo Scheiße. Der war vorbei, extrem ich. Boah. Oh, keine Schadensanzeige von dem Vieh. Frag ich mich auch gerade. Oh, das ist auch keine. Ja. Das heißt, einfach gut düngen, weitermachen. Wo ist der Kerl? Weg. Hallo? Ich steh ihn nicht. Der Schlimme. Ja, weil der, der, ja, überall und nirgends ist. Ja. Ah, sexy. Ich habe auch das Gefühl, wir haben es hier mit dem... Mag zu tun? Ja. Sag mal, wo bist du eigentlich? Bei dem Vieh in der Nähe. Wir haben ihn. Oh, das war jetzt gewollt. Das ist, äh, ja. Na? Nein, mich wärst du nicht. Loos. Gut. Wunderbar. Gelasht. Okay, stört das System. Der schickt uns ja jetzt wirklich überall hin. Ich habe es wieder nicht. Ja, wunderbar. Ich habe mein Name in den Historiebüchern. Es ist ein verdammter Traum. Plus, ich sehe gut in der Sitz. Ich sehe sogar besser auf Geld. Kannst du es aktivieren? Äh, ich spiele nicht gerade auf meinem Folgen. Was hast du denn wieder ausgelöst? Dass, äh, ein Sitz aktiviert wurde. Ich habe gar nichts gemacht, gerade auf einmal war der Sitz da. Du musst mich aufhören, du dich aufhören. Egal. Ja. 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 Allehooooh. Ich muss gut hin. Äh, wir sind gleich da. Also ich wäre jetzt da, wo man den Virus hochladen würde. Ja, gut. Ja, hier, ne? Ja. Panzer im Vandalismus. Panzer fahren. Was machst du die ganze Zeit? Panzer fahren. Ich gehe mal in die andere Richtung. Mach das. Ich kann mich nicht even stoppen. Oh Gott, das ist heig. Ich liebe das Job. Oh, gechillt, Panzer. Hä? Oh. Mit dem Panzer sozusagen Vandalismus macht es am meisten Spaß. Ja. Das stimmt allerdings. Das war... Irgendeine Mücke nervt mich gerade. Ich glaube, zwei Mücken, die mich nerven. Ha! Ich kann die toppen! Drei! Och, nö. Einer weg. Jetzt muss ich rückwärts fahren, damit ich in den Schussbereich reinkomme. Hä? Ich bin auf einmal unter der Brücke. Wie hast denn das geschafft? Auf einmal war ich unten drunter. Und ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Dann hast du das gleiche Problem wie ich, dann versuche ich es zu beenden. Ja, ich kann doch nicht rausschießen. Ist doch scheiße. Und... Und es ist wie bei mir, wo ich auch doch die ganze Zeit Probleme hatte. Na? Ja. So... Keine Ahnung. Ich sehe nichts mehr, aber ich treffe was. Wie? Ja, ich sehe nichts, aber ich treffe irgendetwas. Ist das auch gerade ein Bug, oder was? Nein! Zu viele Explosionen! Ich sehe nichts mehr, aber ich treffe noch was. Ah, okay. Das war damit gemein. Okay. Weil wenn halt eine ganze Häuserfrand, äh, plus Fahrzeuge ist, bei denen sieht man nichts mehr. Na? Hm, nur Bronze. Ja klar, wenn eine ausgeschaltet ist, geht ihr nicht mehr. Das war halt jetzt blöd, aber wenn man das Flupp gemacht, ich war unter der Brücke. Ist doch jetzt nicht schlimm. Na ja, kurz vor selber. Ja. So, dann haben wir es doch geschafft. Gut. Panzer-Vandalismus. Der Jagd ist wirklich gerade überall hin. Ich habe wieder nichts. Dann geht doch noch mal kurz in die Option und guck mal nach. Geht ihr jetzt in der... Oder warte mal. Was fand ich falsche Optionen? Danke, wollte ich gerade sagen. Hahaha. Könnte noch mehr Aliens. Ja, die sind hier direkt hier um die Ecke. Hallo, Zentruppen. Geine Explosionsradius. Das ist es. Dann ab, auf Schiff. Dann ab, auf Schiff. Sehr schön, Heidi. Hm. Dong, 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 dong. So. Dann komm mal runter, Heidi. Wir haben ein, äh... Ja. Na okay, bei dir... bei mir steht er jetzt hier. Dann sprechen wir mal. Okay. Alles klar. Waffe, Singularitätskanone. Erzeugt ein Singularitätskanone, tödliche schwarzes Loch. Ja. Dann würde ich jetzt mal sagen, mach mal doch hier mit dem... mit dieser schönen, ähm... WWGM, ähm... Ja. Eine... äh... Einen kleinen Cut, weil dann haben wir unsere Zeit schon wieder voll. Das geht ja jetzt ja wieder schnell. Tatsächlich? Mhm. Wow. Ja, Hammer. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, ähm... Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschü-tschü-tschü! Jo, tschü-tschü! 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 Vielen Dank.